So, abgeführt die Lüge, wenn ich den Finale erhau, der macht der Willian-Sieger, da hat er fast die Lüge, aber auch gerade die Lüge, die Lüge zu hören, auch bei der Beiterin, der hat von Stahl und Stahl. Da ist die Klantin, er ist in der Leistungsschule, das ist auch ja, die Lüge sind, der in die Lüge ist, auch der WL-Kandidat für das Arsenal, 1. E-Moment-Ausposition Nummer 2, vorne in die Kontrolle, Platz 3, der Maximilian Fiedler.